Hallihallo, hallöle und willkommen zurück. Neue Folge. So, ich habe in der letzten Folge am Ende die Bären verkauft, die wir brauchen für die Fischfallen, weil ich klug bin. Ja, ja. Und dafür brauchen wir, deswegen brauchen wir neue Bären. Die sammeln sich automatisch selbst. Hier 19. Und dann wollten wir neuen Druiden bauen. Hier, da, Erbauergebäude kostet nicht die halbe Ressourcenmenge. Uiuiui. Mh, lass doch sofort ein paar Grabungsstellen erscheinen. Was sind denn Grabungsstellen? Mache ich Erbauer, mache ich Grabungsstellen? Ich will Grabungsstellen. Was ist denn das? Was bringt mir das? Holla, die Waldfee. Ja, ach, ne? Das war jetzt aber auch nicht schlecht. Ich meine... Okay. Sturmstab, ach ja, stimmt. Und Todesstab, ja, ja. Ja, ja. Alles noch lang nicht so weit. Schauen wir mal im Markt rein, was es da Neues gibt. Landfüllung kaufen wir auf jeden Fall. Wir kaufen auf jeden Fall Flaschen. Fisch kaufen wir auch auf jeden Fall. Und... Nö. Ja, das brauchen wir nicht. Aber wir können doch was verkaufen. Lass uns doch mal die Bären verkaufen. Oder? Die brauchen wir eh nicht. Ich würde drüber lachen, wenn ich das wirklich so dumm wäre und das machen würde. Hm. So, Flaschen. Hier unten kommen die rein. Die Landfüllung können wir eigentlich mal erweitern. Hier. Das sind wahrscheinlich so genau die Sachen, wo man... Die tollsten Sachen findet mit Fischfallen. Und ich baue die zu. Hier, ich wollte wissen, ob die sich anpassen. Ja, betonen sie. Farm. Fischfalle. Ne, hinten ist doof, weil da kommen wir nie vorbei. Ich glaube, wir... Aber die braucht man bestimmt. Oder hinten bei den Skelettdingern? Ich bin mir halt nicht sicher, ob die... Zufällig spawnen die Sachen. Huch, das war die Schaufel. Oder ob man da wirklich die Fischfallen... Äh, ob man die Fischfallen im richtigen Gebiet... ...bauen muss oder nicht. Hm. Zeichen der Bewährung. Okay, die sind auch teuer. Flaschenfee. Blink, 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 blink. Wir kaufen gleich ein neues Land. Wir haben wirklich super viel. Von daher können wir hinten die beiden mal kaufen. Oh, da ist eine Höhle. Oh. Ach, hey, mini. Vollkristalle, aber auch 1.500. Ich will hier rein. Was ist hier hinten? Was ist das denn? Ein Hirsch? Töte ein magisches Reh. Was? Was? Ich hab's getötet. Warum? Ich wollte dich nicht töten. Tut mir leid. Aber was soll ich dann mit dem machen? Hm. Können auch noch was die bringen. Wir bauen hier oben noch eine Fischfalle hin. Hm. Und jetzt gehen wir wieder in die Höhle. Puh. Wie komm ich hier durch? E. Nee. Tust du mir weh? Nee. Ah, doch. Ah, so. Man muss die so schmelzen. Ja, ja, das ist ja einfach. Gleich am nächsten Levy Hook schmierst du mir so an. Äh, verstehe ich nicht. Was ist das denn? Ach so, das ist dieses Radding. Hm, hm, hm. So, da runter. Klar, aber wir holen das hier grad oben mit. Selbstbedienungsladen. Und dann schmelzen wir das ein. Aber wie kommt man da hin? Ist das überhaupt gewollt? Dass man da hinkommt? Ich glaub schon. Anders macht's ja keinen... Also, man kann die ja nicht so nur im Vierteltakt oder sowas drehen. Schön, dass hier Bären sind. Die können wir gleich mitnehmen. So, und jetzt? Fancy. Aua. Aber ausgewichen. Bestimmt, das sind bestimmt die 25%, die 5 extra Prozent von den Schuhen. Genau die 5%. So. Was bist du? Ich weiß es nicht. Was bist du? Ich will mit dir reden. Lass uns spielen. Nee. Okay. Wir machen das jetzt mal hier hoch. Bupp. Das ist schon wieder so... Vielleicht verlaufe ich mich. Ach, das ist ein Truh. Nee, was ist das? Wo muss man schmelzen? Aber ich hab kein Feuer. Hm. Braucht man Feuerschwerte? Zack, zack, zack. Aber wo kriegt man ein Feuerschwert? Ich hab kein Feuerschwert. Ich hab nur diesen... Elektro-Strap. Oh, ich hoffe denn jetzt nicht, dass ich die ganze Aufnahme gerade im Bild verschoben hatte. Du bist nicht so klug. Hier, wie mach ich das? Wie schmelze ich dich? Ich... Pfff. Los. Ah, wenn wir das jetzt noch drehen... Zack. Dann geht das jetzt hier durch. Und du gehst jetzt da hoch. Und du schmilzt das... Boah, ist das pfiffig. Bling, bling. Der ist wieder böse. Und du bist tot. Zack, zack. Nehmen wir alles mit. Das sind... Das sind einfach wunderschöne, mit Liebe gemachte Rätsel. Jetzt schmilzt der ist mir hier oben den Fred. Ich hoffe, ich hab keinen Raum vergessen irgendwo. So, das können wir... Zack. Die ist wunderschön, die Höhle. Ich will hier öfter hinkommen. Hier komme ich nicht durch. Zack, gesammelt. Ähm... Ah, pracklich. Zack. Und zack, zack. So. Irgendwo können wir hier lostuckern. Ach, mit dem Ding hier können wir lostuckern. Ne. Wo kamen wir her? Hier oben. Bisschen sind wir hier runter, aber ich... Was... Muss ich dich freischmelzen? Ich hab nichts zum Schmelzen. Brauch ich Feuerpfeile? Plopp. Ist das ein Endgegner? Ne, war keiner. Der sah so groß aus neben einem Moment. Oh, noch einer. Piu, piu. Okay. Der schießt von alleine, von daher muss ich ihn wahrscheinlich wegballern. Aber warum ist das... Was hat das mit diesen Dingern hier auf sich? Uh. Weil man kann ja scheinbar da oben hin, aber ich weiß noch nicht wie. So, was war hier? Ach, der kann nicht durchfahren. Wegen... Zack. Zack, zack. 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 Was ist jetzt mit dir auf sich? Gar nichts, ne? Nö. Was war das gerade? Ah, dann geht das hier wieder... Wenn der hier langfällt, dann geht das hier wieder durch. Und der schmilzt dann das. Zack, zack. Sinnvoll. Los. Wer ist, wer ist das? Ich konnte nicht überholen. Das vergesse ich auch viel zu oft einzusetzen, aber... Ja, der ist nicht als sinnvoll. Zack, geschafft. Was ist das für ein Stab? Eisstab. Friere Objekte und Gegner ein... Nein. Ich möchte Objekte und Gegner freischmelzen. Ich möchte ein Feuerstab. Wo ist der? Ist das der Feuerstab? Ist das der Eisstab? Aber wo ist jetzt mein... Mein Nekromantenstab hin? Nee. Nee. Ja, ich würde dich gar nicht mitziehen. Nee. Hm. Man hat nur fünf hier unten. Aber warum ist jetzt der Nekromantenstab draußen? Warum habe ich Kohle dabei? Ich habe sie hier drin gefunden. Klar, nehme mit. Tüt 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 tüt. Wie mache ich die frei? Keine Ahnung wie. Warum kann ich hier nicht rein? Ach, hier komme ich raus. Okay, wir gucken, wie viel Kacke wir haben. Oh, wo ist er? Wo ist er? 167. Ach, komm schon. Ah, da unten ist der Stab wieder. Pju. So, hier haben wir jetzt auch. Ach, hier hinten war das, ne? Hier hinten wohnen wir. Klar, hol den Seetang ab. Moment, erst mal bringen wir die Sachen hier weg, bevor wir die ausgeben wieder. Kristalle, Kristalle, Kristalle. Was ist denn hier? Kohle. Was war hier? Hm. Jetzt haben wir ja noch Tolles dabei, Lavendel. Wo haben wir Lavendel? Da. Baumwolle kommt gleich weg. Obwohl, die Baumwolle haben wir auch irgendwo hier drin. Hier nebenan Baumwolle. Dann haben wir hier auch das Leder drin. Fleisch nicht, die Feen. Die Dinge. Ne, Seekrass brauchen wir auch nicht. Oh, hier kommt gerade ein wunderwunderschöner Geruch von draußen rein. Hier kocht scheinbar irgendjemand in der Umgebung. Oh Gott, riecht das gut. Da bekommt man doch sofort Hunger. Oh, verkaufen die hier mal alle. Hat niemand gesehen. Schon wieder die Bären verkauft. Das ist echt nicht mehr schön. Ich muss mir die angewöhnen. Jetzt, wenn ich gleich Bären habe, ich die direkt irgendwo reinsetze. Sonst ist das wirklich... Oh Gott, ne. Zack, 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 zack. Haben wir schon wieder Bären bekommen. Habe es noch nicht gesehen. Noch nicht durchgelaufen. Die Popas haben jetzt relativ viele. So, die grünen Dinge haben wir bekommen. Jetzt machen wir noch was Sinnvolles. Und zwar bauen wir uns noch einen Droiden. Was sinnvoll ist. Schon sinnvoll. Oder? Ich glaube schon. Was brauchen wir für einen Droiden? Drei Glasfaser und vier Elektronik. Drei Glasfaser. Können wir herstellen. Ja. Vier Elektronik. Eins. Klasse. Elf Königstahl. 59. Nö. Nö, 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 nö. Elf Stück. Wir machen 15. Und neues Level. Bum, bum. Was war das hier unten? Ah, Kessel. Dafür brauchen wir aber erstmal Kessel. Die holen wir jetzt nämlich. Dann bauen wir mal einen Kessel. Magie. Magie. Kessel. Ja. Den bauen wir oben. Hier oben ist unsere Hexenbrauerei. Bombe und Heiltrank. Wow. Brauchen wir nichts von. Ausgräber, Gelehrter. Erhalte sofort zufällige Magieschriftrollen. Erhalte doppelte EP. Okay. Oh Gott, jetzt hier oben. Geh mal, das ist ein riesen Sprung gemacht von 100 Punkten oder sowas. Ich weiß nicht, was er durchgelaufen ist in dem Moment. Da gerade schon wieder. Das ist ja. Okay. Proide. Was fehlt? Elektronik. Warum? Ach ja, weil der König da nicht durchgelaufen ist. Drei. Wir brauchen vier. Drei. Da kam er, der vierte. Zack. Gehen wir kurz die Fischfallen gucken. Die müssen auch fertig sein. Hier hinten. Zack. Hier liegen immer noch Sachen rum, die wir eben haben liegen lassen. Hier, ich gerne mit Fischfalle. 76, also 176. Ach so, hier fehlt noch die Verbindung. Das können wir eh schnell. So. Wir haben noch eine Beere übrig. Die packen wir jetzt hier rein. Tada. Schriftrolle des Bergarbeiters. Haben. Habe ich die schon? Ich glaube, die war hier. Ich war bei Bergbau. Ne, ja, hier, die ist das. Hm. Was ist das hier für eine hässliche? Archäologie? Ne. Ja, die hier. Zack. Meister-Alchemist. Ich lese das Museums-Alchemie-Paket ab. Schriftrolle des Zauberers. Okay. Was ist drin? Oh, wieder? Nein. Ich will jetzt ein Feuer-Ding haben. Aber ich hätte eben gucken müssen, als wir ein Level gemacht haben, ob man irgendwo Feuer... Äh. Also wir haben momentan ja Eis-Pfeile. Ob man Feuer-Pfeile vielleicht freischalten kann. Um Sachen zu schmelzen. Das wäre natürlich fancy. Ping, ping. Haben wir genug. Eine Beere. Nö. Nö, nö. So, jetzt Druide. Oh, ein Glasfaser noch. Ein Königsmann. Äh. Ich weiß, im Grunde haben wir genug Dinge, aber ich mag das ja einfach nicht. Start. Können wir genug herstellen? Glas. 170. Ich glaube, wir haben genug Glas, oder? Wie können wir Glas? 462. Davon können wir 200 Flaschen machen. Nur 116 Flaschen. Davon können wir ein bisschen Plastik herstellen. Gleich. Wenn es zu Nike geht. Hier, was brauchen wir? Große Schädel. Nein. Donderkrank. Nö. Kacke. 100. Ja. Brauchen wir nur noch 200. 120 ungefähr. Ich weiß nicht, wie schnell das Zeugverlauf ist. Überhalten wir. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. So, pack mal hier rein. Achso, die Linkse ist fertig. Der Königstein. Dann machen wir jetzt mal ein Glasfaser. Und bauen dann einen Druiden. Los, gib mir noch einen wunderschönen Druiden. Bling. 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 Ja, Druide. Da finde ich keinen Doppelten. So, dann schauen wir uns das noch an. Hier ist noch was drin. Land. Auch nicht viel. Oder was Besonderes. Nö. Die Kacke bringen wir noch weg. Kacke, 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 kacke. Hop, hop. Neues Level. Wo ist er, der Neue? Wo ist der denn? Da. Uh. Mit Suninia. Okay. Kannst du was Tolles? Machst du irgendwas? Nö, ne? Ah, Feuer. Jetzt hier. Wuscht. Bei Skillpunkten. Feuer. Wir haben noch 20 Skillpunkte, die wir offen haben. Ne, hier war irgendwo Feuer. Kampf. Ausweisschance erhöhen. Hier oben auch nicht. Pfeile und Bogen jagen. Hier Ballistik. Dreifachpfeile. Äh, Feuer. Ne, nur Feuerschalen. Schreinerei schaltet Fackeln frei. Beute. Gegner geben Münzen. Mineralien, die über den sind essbar. Kochtöpfe. Angeln. Fischpfeilen sind doch, die sind eh immer voll, weil wir nicht schnell genug sind. Schriftrollen des Lehrlings. Lehrlingstrank. Ne, gibt es nicht. Es gibt keine Feuerpfeile. Ja, dann können Kesseln ja zu Juwelen herstellen. Und das Neue ist, Reaktivität. Schreibtische sind 50% schneller und Kessel sind 50% schneller. Aber wie kriegen wir den denn geschmolzen? Das eine Ding, das ist doch, man kann es ja nicht einfach so schmelzen. Ausgräber. Lass sofort ein paar Grabungsstellen erscheinen. Okay. Das hat eben schön Spaß gemacht, hier die Sachen auszugraben. So, zack, zack, zack. Uh, was war das denn, schwarzes? Ein Fossil. Bestimmt, oder? Fossil 1. Ja, wir haben 8. Okay. Aber die verkaufen wir auch nicht. Da sind die, glaube ich, auch zu wertvoll. Fossil. Da unten, was kommt, was war da unten? Weiß ich nicht mehr. Hab ich vergessen. Warum bist du hier drin? Da kommst du raus und du kommst hier rein und du kommst hier oben hin. Zack. Sonst war nichts Wertvolles dabei, ne? Klik, 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 klik. So. Zack, falsches Ding. Zerstörer, okay wir haben die Schädel Und jetzt Elektronik und Glasfaser Wie viel brauchen wir, wenn wir 100 Elektronik Machen wollen? Dafür brauchen wir allein schon eine Milliarde Plastik Und ja, eine Milliarde So viel kann doch keiner herstellen Freunde In der Zeit, wo wir jetzt die 1000 Eisenbahnen gemacht haben Haben wir fast wieder die gleiche Menge dazu bekommen Nicht ganz, aber Töten wir ihn, jetzt soll töten wir ihn nicht Na gut, wir töten ihn Das bringt ja gar nichts Töte alle riesigen Blüben Aber es hat mir einfach nichts gebracht Außer eine Belohnung von irgendeinem Irgendwas Unnötigem Ich will immer noch, dass nicht das Drachenei Farm Ich falle, nee Aber die Bären kann ich auch nicht vermehren Oder kann man nicht Gibt es Beeren-Samen Äh, Baumwoll Nö Wir gucken uns mal kurz in den Kessel rein Was der mir machen kann Transmutation 195 Stück Stell's mir her Wir haben keinen Stahl mehr Aber stell's mir her Aber wenn ich das jetzt wegmache Ist dann mein ganzer Stahl weg Weil das geht mir hier zu langsam Ne, ich bin wieder da So, weil hier hinten sind die Fabriken Und, ach so, ich hänge fest Ähm Hier ist die Bessere Bauen-Magie Kessel Hm Ja, wir bauen hier einen Kessel hin Und wir bauen noch Den Schrein wieder auf Hier hinten So, hier Transmutation 1 Ist es wirklich Der komplette Stahl weg Oh Gott Na, mach mir nur einen Stahl Oh Gott, warum Das war gerade so ein Moment der Verzweiflung Gebäude kosten die halbe Münzenmenge Industrie Alle Gebäude sind doppelt so schnell Aber nur für den Stahl Wäre das sinnlos jetzt, ne Nein, warum Das will ich doch aber nicht Ist er aktiviert? Scheinbar schon Okay, die produzieren jetzt mega viel Aber was, das kann ich ja Jetzt machen wir auch die Eisenwagen gerade hier Goldwaren Knallen wir gerade durch Glas Machen wir jetzt gerade schnell Plastik Klar Flaschen machen wir 139 Ah, ihr seid gar nicht in der Fabrikreichweite, ne Ach du Jemini Industriekraftwerk, ah Elektronik, okay Steinbruch haben wir Tresor, Rang, Leuchtturm, Spielertomat haben wir auch alles Haben wir auch alles Das Geräusch ist auch nicht penetrant Penetrant oder penetrant Penetrant, ne penetrant So, weg ist der Bonus Kann ich nicht wieder aktivieren Alle Gebäude sind doppelt so schnell Und das Ding sinkt auch wieder schneller als es gebraucht wird Kann das sein Ja Na gut Machen wir hier noch 115 Öl So, als letztes Mal ist wir ein bisschen durch Wir können die Fäden noch produzieren Tausend Stück Und Leder auch noch auf jeden Fall Tycoon, ich sag zwei Königskleidung Können die bauen Jo Warte, was ist neu? Wo ist Pisa-Stab Haben wir nix von Ach, das sind die ganzen Erweiterungen von den Stäben, ne Was ist das so? Ich dachte, das sind einzelne Stäbe Aber wenn das die Erweiterungen sind Dann ist das ja gar nicht so schlecht eigentlich Ach ja, ich wollte Stahl Ach, Stahl produziere ich gerade, oder? Ja, ich glaube schon So, jetzt ist die Zeit abgelaufen Jetzt gucken wir mal, ob der Der ist halt wieder fertig jetzt, der Basilisk Gebäude kosten die halbe Gebäude kosten halbe Münzenmenge Halbe Ressourcenmenge Oh Ich will doch nichts machen davon gerade Halbe Ressourcenmenge Ja Aber ich will nix bauen Ich hab nix zum Bauen Ne? Wir könnten mehr Banken bauen, aber Puh Stahl läuft noch durch Ja, das reicht erst mal Drei Elektronik Nehmen wir den Königstahl Normaler Stahl können wir nochmal Ohne 76 Ich will hier durch, danke Königskleidung Ach, haben wir gebaut Ne, hier Tycoon Rucksack Glasfaser 2 Wir brauchen noch ein Glasfaser Dann brauchen wir wieder Hier von fünf Stück So Ein Glasfaser Ach ja Ich würde sagen, das bauen wir in der nächsten Folge weiter Da wir jetzt erstmal ein bisschen produzieren lassen Dann lasse ich auch mal die Geräusche kurz durchlaufen Weil die dann doch schon extrem penetrant sind Und von daher bedanke ich mich jetzt an dieser Stadt fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Bis gleich